Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Guck mal, wie geht es uns an? Was geht ab Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, es gab eine kleine Pause, ihr habt wahrscheinlich gemerkt, es kamen jetzt ein paar Tage keine Videos. Jetzt geht es wieder regelmäßig weiter und ich würde mich deshalb auch über eine positive Bewertung freuen, Leute. Deshalb, gerne mal jetzt ein Like da lassen, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und ganz viel Spaß beim Video, Leute, denn jetzt geht es los. Spitzt den Bleistift an und ich würde sagen, fangen wir an damit, ab in die erste Kiste. Denn wir haben drei verschiedene Kisten, Leute. Einmal die blaue Kiste, die gelbe Kiste und die pinke Kiste, Leute. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in die erste Kiste rein. Und jetzt gehen wir hier nach oben, Leute, denn dort, schauen wir mal, was dort ist. Ich habe noch keine Ahnung, aber es wird auf jeden Fall eine Person da drin sein. Und es ist der liebe Epic-Sun, der schon mal gerade abdreht und sich um die Hündis dreht. Okay, das sieht ja schon mal gar nicht mal so verkehrt aus. So, einmal runter hier. Und der liebe Epic-Sun spinnt wohl komplett heute. Ich weiß auch nicht, was mit ihm los ist. Wir fragen mal, was denn los ist. So, hallo, Pat. Hi, Epic-Sun. Meine Hunde sind verschwunden. Ach so, das sind nur so Plüschtiere. Okay, jetzt verstehe ich, was der Kollege meint. Hast du, kannst du sie finden? Hm. Okay, Leute, also, es geht halt heute um die Hunde von Epic-Sun. Zumindest hier in dieser Kiste. Und er kann sie wohl nicht finden. Das heißt, Leute, wir müssen mal schauen, ob wir vielleicht die Hunde von Epic-Sun irgendwo finden können. Wäre natürlich nicht so gut, wenn die jetzt einfach verschwinden. Dementsprechend gehen wir mal ganz kurz hier nach unten. So, einmal hier. Runter. Okay, cool, Leute. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch Ferien habt. Beziehungsweise, ob ihr keine Ferien mehr habt, Leute. Und, äh, ja, ob ihr vielleicht...